Die Vorschleife möchte ich am Beispiel der Berechnung der Summe der Zahlen von 1 bis 100 erklären. Tun wir an der Stelle mal so, als ob wir nicht wüssten, dass man das auch direkt ausrechnen kann. Hier links das Nassi-Schneidermann-Diagramm. Wir beginnen mit einer einzelnen Anweisung. Eine Variable, in der wir aufsummieren, wird mit 0 vorbelegt. Und dann kommt wieder so ein Winkel. Diesmal allerdings nicht mit einer einzelnen Fortsetzungsbedingung, sondern mit drei Abteilungen. Die erste Abteilung hier links ist die Initialisierung. Da wird eine Schleifenvariable i mit 0 vorbelegt. Dann kommt eine Fortsetzungsbedingung, wie gerade bei der Y-Schleife, ein boolscher Ausdruck. Solange i kleiner gleich 100 ist und als drittes kommt eine Inkrementierungsanweisung. In jedem Schritt wird i um 1 hochgezählt. Und dann innerhalb von der Schleife wird aufsummiert, die neue Summe ist die alte Summe plus i. Die Reihenfolge der Ausführung erkläre ich gleich nochmal. In Java setzen wir es dann wie folgt um. Zunächst die Summenvariable wird mit 0 initialisiert. Dann das Schlüsselwort für die Vorschleife überraschenderweise vor. Die Initialisierung, die Fortsetzungsbedingungen, die Inkrementierung. Hier verwenden wir diesen Plusplus-Operator. Der zählt i um 1 hoch. Alternativ könnte man an der Stelle auch schreiben. i plus gleich 1. Das hätte exakt denselben Effekt. Aber es hat sich bei den Vorschleifen eingebürgert, diesen Inkrementierungsoperator zu verwenden. Und dann steht hier drin, was in dieser Schleife passieren soll. Ich zeige jetzt mal, wie das Programm in Eclipse abläuft. Und die Reihenfolge der Ausführung besprechen wir dann nochmal getrennt. Hier in Eclipse unser Programm von gerade eben. Ich lasse es laufen. Und hier unten steht die Zahl 5050. n mal n plus 1 halbe, die Formel für die Summe i von 1 bis n. Wie könnten wir dieses Programm ändern? Wir könnten zum Beispiel die Zahlen von 10 bis 20 aufsummieren. Dann würden wir mit i gleich 10 beginnen. Das ist jetzt eben entsprechend weniger. Wie würden wir das machen, wenn wir nur die geraden Zahlen aufsummieren wollten? Dann wäre es doch das Einfachste, die Zählvariable in jedem Schritt um 2 hoch zu zählen. Da bietet es sich dann an, diesen Änderungsoperator zu verwenden. i plus gleich 2. Und dann kommt 90 raus. Also 10 plus 12 plus 14 und so weiter. Dann nochmal allgemein die Arbeitsweise der Vorschleife. Da kann man viel besser die Reihenfolge der Ausführung erklären als abstrakt auf der Folie davor. Die Ausführung kommt hier oben an und geht als erstes in die Initialisierung. Da wird die Zählvariable üblicherweise initialisiert. Dann geht es weiter. Es wird die Fortsetzungsbedingungen überprüft. Ist die Fortsetzungsbedingung wahr, dann geht es weiter mit den Anweisungen, die in der Vorschleife stehen. Sind diese Anweisungen abgearbeitet, geht der nächste Schritt zu der Inkrementierung. Da wird üblicherweise die Schleifenvariable hochgezählt. Von der Inkrementierung geht es wieder weiter zur Überprüfung der Fortsetzungsbedingungen. Ist die Fortsetzungsbedingung wahr, muss ich noch dazuschreiben, dann werden die Anweisungen ausgeführt. Ist die Fortsetzungsbedingung nicht erfüllt, also steht hier falsch, dann wird die Ausführung des Programms hinter der Vorschleife fortgesetzt. Die Reihenfolge der Abarbeitung ist Initialisierung, Fortsetzungsbedingungen, Anweisungen und dann die Inkrementierung. Von da geht es weiter zur Fortsetzungsbedingung. Das muss man sich einmal einprägen, aber so arg schwer ist es nicht. Dann möchte ich nochmals eingehen auf ein Konstrukt, das relativ häufig vorkommt. Das sind geschachtelte Vorschleifen, also eine Vorschleife in einer Vorschleife. Ich möchte das hier verwenden, um eine Funktion zu plotten, die von zwei Variablen abhängt. Ich zeige es Ihnen mal kurz in Eclipse, bevor wir weitermachen. Hier das Programm in Eclipse, ich lasse es laufen. Es wird erzeugt, diese dreidimensionale Fläche. Ich kann mal auf der Tastatur auf die Taste W drücken. Dann sieht man, dass das eigentlich keine Fläche ist, sondern ein Netz aus Vierecken. Wie dieses Netz aus Vierecken erzeugt wird, das versuche ich Ihnen jetzt zu erklären. Die Funktion wird dadurch geplottet, dass wir in der XY-Ebene auf dem Gebiet, das geplottet werden soll, hier von minus 1 bis 1 schreibe ich jetzt nicht dran, dass wir auf diesem Gebiet ein Gitter anlegen. Ich symbolisiere es hier mal mit wenigen Gitterlinien. In dem Programm sind es ein paar hundert. Das wäre hier natürlich ein bisschen viel zu zeichnen. Was gemacht wird, ist, für jeden dieser Punkte mit einer X- und einer Y-Koordinate wird eine Z-Koordinate berechnet und mit diesen drei Werten wird dann in diesem Netz eine Koordinate gesetzt. So, wie funktioniert das jetzt mit den zwei geschachtelten Schleifen? Wir haben hier eine Schleife mit I. Wir beginnen mit I gleich 0. Dann wird die Schleife fortgesetzt mit J. Und dann kommt die zweite Schleife mit der Variablen J. Und wir sehen, dass wir hier den X-Wert berechnen mit Hilfe der Zellvariablen J. Das heißt, wir haben hier in der X-Richtung den Index I. Hier I gleich 0, I gleich 1, I gleich 2. Das ist für die X-Richtung. Und dann entsprechend für die Y-Richtung eben J gleich 0, J gleich 1, J gleich 2. Was jetzt passiert, ist, dass man mit I gleich 0 beginnt. Und dann wird die komplette Schleife für J abgearbeitet. Das heißt, wir gehen durch die Punkte von hier, die erste Spalte hochwärts. Dann sind wir mit J fertig, kommen zurück zu der Vorschleife mit dem I. I wird um 1 hochgezählt. I hat jetzt den Wert 1. Und dann fangen wir mit J bei 0 wieder an und gehen die zweite Spalte hoch. Also auf diese Art und Weise wird dieses Gitter hier Spalte für Spalte abgearbeitet. Und wir haben zum Schluss den Plot von der Funktion erzeugt. Geschachtelte Vorschleifen. Hier nochmal auf der Folie dargestellt die Fläche, die dadurch entsteht. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. W auf der Tastatur steht für eine Wireframe-Darstellung, also eine Drahtgitter-Darstellung. Wenn Sie wieder S drücken, kommen Sie zurück zu Surface, zu der Oberflächendarstellung. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wann soll ich denn eine Vorschleife verwenden und wann soll ich eine While-Schleife verwenden? Die Frage lässt sich ziemlich einfach beantworten. Sie verwenden eine Vorschleife immer dann, wenn Sie von vorne herein wissen, wie oft die Anweisungen wiederholt werden sollen. Wenn Sie die Zahlen von 1 bis 100 aufsummieren, brauchen Sie dazu 100 Schritte. Deswegen eine Vorschleife. Wenn Sie das vorab nicht wissen, so wie das bei dem Heron-Verfahren zum Wurzelziehen war, dann verwenden Sie eine While-Schleife. Ganz einfach. Abschließend, streng genommen, braucht man Vorschleifen nicht. Sie können Vorschleifen immer durch eine While-Schleife realisieren. Das ist hier rechts nochmal dargestellt. Der Initialisierungsschritt wird einmal ausgeführt. Hier, das davor war die Summierungsvariable. Dann in der Schleife die Fortsetzungsbedingungen und die Inkrementierung wird in der Version als While-Schleife immer als letztes ausgeführt. Also daran kann man auch nochmal ganz schön erkennen, in welcher Reihenfolge diese drei Abteilungen der Vorschleife abgearbeitet werden. Also die Initialisierung an der Stelle, Fortsetzungsbedingungen an der Stelle, Inkrementierung hier am Schluss.